Das Expertise-Umkehr-Prinzip Passen Sie Ihre Informationsdarstellung an das Vorwissen der Lernenden an. Möglicherweise haben Sie sich unsere Videos angeschaut, obwohl Sie die vorgestellten Prinzipien schon auswendig kennen und Sie die Erklärung verinnerlicht haben. Anders als erhofft waren Sie an einigen Stellen dann vielleicht sogar negativ überrascht davon, dass Sie die Darstellung mehr irritiert als unterstützt hat. Aber warum hätten die Videos eine solche Wirkung haben können? Unser Langzeitgedächtnis ist an das Arbeitsgedächtnis angebunden und relevante Informationen werden als Schemata aus dem Langzeitgedächtnis ins Arbeitsgedächtnis gebracht. Kommen neue Informationen zur Verarbeitung ins Arbeitsgedächtnis, die bereits im Langzeitgedächtnis vorhanden sind und die sowieso abgerufen werden, wie es bei vorhandenem Vorwissen der Fall ist, dann werden unnötige Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses belegt. Diese Kapazitäten hätten aber zur Ausschärfung oder Erweiterung der bestehenden Schemata genutzt werden können, also für vertiefende Lernprozesse. Dieses sogenannte Expertise-Umkehr-Prinzip schränkt die Reichweite der anderen vorgestellten Prinzipien ein. Sie gelten vorwiegend für Lernende mit wenig Vorwissen. Schätzen Sie also aus der Perspektive der Entlastung des Arbeitsgedächtnisses ein, welches Vorwissen die Lernenden bereits haben und passen Sie Ihre Darstellung daran an. Je mehr Vorwissen vorhanden ist, desto reduzierter können Texte und Bilder gestaltet werden. Umgekehrt gilt, je weniger Vorwissen vorliegt, desto mehr Erläuterungen sind nötig. Eine Prüffrage für Sie könnte sein, belaste ich mit meiner Art der multimedialen Darstellung von Informationen das Arbeitsgedächtnis der Lernenden mit viel Vorwissen unnötig. Unnötig